Hallo ihr Cheflings und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Oceans. Gehen wir weiter in den Start des Stops. Hier läuft Dental übrigens auf schwer, obwohl ich den Overkill Modus habe. Und wir starten beim nächsten neuen Spiel, da muss ich immer die Schwierigkeit auf Alpen setzen. Ihr seid zurück. Ich dachte ihr kämmt nicht mehr. Was hat er gesagt? Beide? Das glaube ich nicht. Er hat von meinem Sohn immer gesprochen, als sei er Abfall. Er nannte ihn immer Es. Aber vielleicht hat ihn Mutter überredet. Oder ihr wart es. Oh, ich kann euch gar nicht genug danken. In einer Geschichte würde mein Sohn später als Ritter in eure Dienste treten. Wenn er erwachsen ist, schicke ich ihn zu euch. Das verspreche ich. Okay. Neue Wächter hier. Gut. Gut. Ich weiß ja wie ein Offenheitsort finden. Schöne, dass sie so... Alle Mitglieder der Charta haben Fingerknochen bei sich. Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Hauptquartier. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Da kann ich euch nicht helfen, Sal Rocker. Die Charta-Mitglieder verwahren sie sehr gut. Aber das ist doch etwas wert, oder? Ein bisschen vielleicht. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Kann ich das wieder aushauen? Schon unterwegs. Oh. Damit euch das ja sehr geöffnet. Wird erledigt. Ich bin hier. Mhm. Dann kenne doch mal Tür. Ich bin hier. Finde, wo kommt ein Fingerclopfen? Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Ich heiße Nevin und gehöre zu Prinz Baelens Expeditionseinheit und ihr. Dachte ich mir schon, die Wächter sind gute Leute. Ich habe mal einen in den tiefen Wegen getroffen. Wie hieß er doch gleich? Duken, Dunker oder so ähnlich. Ja, hab ihn getroffen. Guter Mann, aufrecht. Er weiß, was wir in den tiefen Wegen mitmachen. Das wissen nicht viele, nicht mal die, die hier leben. Da muss man schon an der Front sein. Jeder graue Wächter endet dort. Da schicken sie euch hin, wenn ihr bereit seid, diese Welt zu verlassen. Sterben in der Dunkelheit und so viel Gezücht mitnehmen wie möglich. In letzter Zeit ist dort zunehmend mehr los. Plötzlich interessieren sich ziemlich viele dafür. Wir gehen morgen wieder rein und wir sind nicht die einzigen. Lord Haramons Manor. Alle suchen nach Spuren von Branka. Die Stadt braucht wohl wieder einen Paragon. Jeder will, dass irgendeiner das Ruder übernimmt. Beelen. Beim ersten Glockenschlag in vier Gruppen. Wir sollen die alten Teigs durchsuchen. Nach Spuren von Branka vermute ich. Hinter der sind sie offenbar alle her. Seid wachsam. Die Politik in Orsama ist fast genauso gefährlich wie eine Schlacht. Braucht ihr mich? Hm, Wunderstücke ist schön, wenn man so viel hat. Und es nicht braucht, wenn wir an Stein und Däure los tanken können. Ich hatte euch nicht zurückerwartet. Ihr habt vermutlich hat kein... Prinz Beelen ist brillant. Das gestehe ich ihm zu. Wie ihr wünscht. Da ist Graflinger Knochen versteckt. Ah ja, haltebar und kommen die Wöchige. Ich habe sie noch mal in zehn. Achso, fangen sie jetzt an. Ich habe sie noch mal in zehn. Achso, fangen sie jetzt an. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrimont unterstützen. Frau Samar stellt Lord Harrimonts Fähigkeit in Frage, den Thron ohne Hilfe der Grauenwächte zu beschreiben. Die leggerungen sind aufija gering. Du hast auch die Lange, die leitera CP. Vomant ist geschlossen und schliesslich. Wer aber nicht mehr schliesslich. Eineelle 1986-949-1940-1940-1940-1948-1940-1934-1935-1935-1936-1945-1945-1945-1940-1949-41.1941-1940-1944-1997-1942-201035-1944-1945-1938-1943-1945-19Station. Ui Oh Is this the end? We are killing you We are killing you We should see him We are killing you We are killing you We will kill you We will kill you and I will kill you Oh thanks for going to be a good game I will kill you I will kill you zu uns umfangen eine bewahrung die scheuigen jahr hat overkill ihr habt es gefunden wächter ich danke euch ihr seid eine quelle des lichts in einer dunklen zeit naja also bewahrer es ist doch ein tisch zu spüßen mit dem finger ah ihr seid zurück fragt und ich werde nach bestem wissen antworten wenigstens ist jemand bereit für die traditionen einzutreten wird erledigt wächter ich fürchte die versammlung debattiert immer noch was kann ich für euch tun zum jetzigen zeitpunkt steht es unentschieden ich würde auf keinen der beiden wetten noch ist alles offen eine große überraschung könnte die ganze sache entscheiden wahrhaft tollkühn zu mir zu kommen nachdem ihr prinz belin beim tournei vorgeführt habt ihr wisst doch wer ich bin worte gewonnen der oberste berater des prinzen ihr habt eine seltsame methode das zu zeigen warum sollte der prinz mit jemandem sprechen der öffentlich gegen ihn gekämpft hat ich verstehe wert ihr zuerst zu uns gekommen wäre herum und misstrauisch geworden aber jetzt hat er allen grund euch für seinen streiter zu halten beim tournei und auch überall sonst was tut ihr da ihr habt lord herremont euer wort gegeben herrinn ihr kennt herremont nicht so wie wir und es heißt der prinz habe seinen bruder und den vater getötet nur lord herremont einfluss hat doch verhindert dass er die früchte seiner tat ernten konnte eure gefährtin sollte zur rückhaltung üben ich würde sie ungern aufgrund eines kulturellen missverständnisses in die tiefen wege werfen lassen herremont scheint ehrbar zu sein während der prinz belin euch nicht einmal empfängt weshalb solltet ihr ihm helfen das habe ich nicht bedacht also sind wir uns dann einig ihr schleicht euch für uns bei herremont ein wir wollen eine ganz aber ich bin nach wie vor nicht überzeugt dass ihr das alles liefern könnt wenn ihr belehnt vertrauen wollt müsst ihr beweisen dass eure treue zu herremont nur gespielt ist was hat er dann findet es heraus und sagt es mir und haltet euch ich na danke ich bin nicht mochen bloß nicht mehr hey ich bin nicht mehr du gestern ja ich bin du ich bin ich bin du ich bin du Nein, der Prinz ist im Audienzraum. Ja, oder wo ist er wieder in den Baum? Aktuelle Nachrichten! Lord Belen behauptet, Lord Haramont's weicher Klus... ...wird erledigt. Ich lasse meinen tiefen Wegen aus. Irgendwas Neues. Ihr könnt wohl nicht genug von... Ich hätte gerade jemanden anstürmen oder sowas. Wo er einfach nach vorne springte. Also, umgekehrt er noch in die Stadt des Storfs fiel. Zurück um etwas zu kaufen hoffe ich. Ich möchte, dass der Wohlstand... Ich nehme euer... ...und so... 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 ...uld OK... ...und so... ...und so... ...und so... ...das... ...dämonster Captain Krofen! ...und so... ...und so... ...und so aus... Wie ihr wünscht. Wo ist die jetzt weg? Wie viel gebt ihr mir dafür? Gebt mir etwas Zeit, ich gehe für euch auf die Jagd. Puff, weg, wahr. Nun, wen haben wir denn hier? Javier sagte schon, dass ihr Ärger sucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Freunde. Geht ihr? Ich verstehe das, schön Oh, oh, oh.